So. Raus geht's. Durch die Türe. Ja. Laden, laden, laden. Und wir sind draußen. Gehe in den Haupthof. Okay. Hier rein? Schätze ich jetzt mal. Jetzt stellt er sich in den Weg hier. Zum ersten Mal drin? Ja. Ein kleiner Tipp, Frischling. Du kannst es auf die harte oder die leichte Tour haben. Auf die harte Tour heißt Muttersillen alle an dem Bunker zu sitzen. Die leichte Tour ist, naja, leicht eben. Wofür entscheidest du dich? Leicht klingt gut. Stimmt. Okay. Die Wächter sind mir hier etwas komisch drauf. Aber kein Problem. Ja, wie ich laufe, habe ich schon rausgefunden. Klappt allerdings gerade nicht. Na, egal. Aber doch nicht mit diesen zwei lächerlichen Lakritzstangen. Das werden wir ja sehen. Nein, ne, ja. Du bist schon falsch geschlagen. Bist du T-Back? Wir müssen reden. Oh je, braucht der kleine süße Frischling Schutz in diesem Käfig. Ich komm klar. Diesen Kinderspielplatz nennst du dein Revier? Ich will mich frei bewegen. Der Neue will auf meinem Spielplatz spielen? Dann muss der Neuer auch Unterhalt sein. Es sei denn, du wirst kämpfen. Doch da rast du halt die Leier in der Hose. Ich mach dich fertig, Junge. Harter Schlag mit Reiss. Kleiner Schlag mit Links. Und Abwehr mit Leertaste. Ja. Ne, Moment. Nicht Abwehr mit Leertaste mit Links. Naja, egal. Wir schaffen das schon. Ja, irgendwie. Ne, nicht getroffen. Das Abwehr klappt auch nicht so ganz. Ja. Gut. Sehr gut. Ne, du tust mir nicht weh. Ich tue dir weh. Oder auch nicht. Ja. Klar. So, ein Hammer. Na, es kommt der Wächter. Das ist auch gut so. Du hast dein Pferdearsch ein Einwegticket in den Bunker gelöst. Oh. Ah, ich dämmert mir langsam. Wenn ich das richtig sehe, sieht es aus, als ob ich schön aufgelaufen bin. Pass bloß auf, jammelassen. Ich hab dich fertig gemacht. Nein, hab ich nicht. Ich hab mich nicht gestorben ohne Wächter. Naja. Das mit T-Vac aufzunehmen bringt dir den Respekt der Brüder hier. Und du kannst die Fäuste fliegen lassen, Weißbrot. Ich heiße C-Naut. Willst du dir ein bisschen Kohle verdienen? Dann was denkst du dabei? Das da ist Mr. King. Er organisiert die Kämpfe. Alle stecken drin. Selbst die Wachen. Verlieren? Ärger kassieren. Gewinnen? Breites Kinn. Okay. Dann müssen wir wohl Kämpfe gewinnen. Also sprechen wir mit Jeremiah King. Wo ist der Typ? Ist das das X auf der Karte? Ich schätze mal, ja. Hier muss er sein. Ja, da ist er. Hey King, ich hab'n Heißpawn gefunden. Der Junge kann zuschlagen. Der große Meister will gewinnen. Ich probier's aus. Keine Kämpfe mehr, bis ich die Medikamente kriege, die du mir schuldest, C-Naut. Wenn wir quitt sind, kann dein Junge kämpfen. Hör zu, Schneeflackchen. Mein Partner hat das Zeug im Heizraum versteckt. Doch er wurde abgestochen, bevor er sagen konnte, wo. Finde die Medikamente für mich. Dann kannst du kämpfen. Okay, wir brauchen Medikamente. Die gehen wir jetzt besorgen. Dafür müssen wir folgendes tun. Das weiß ich noch nicht. Also. Geben wir die Treppe runter. Selbst hier drin ist nur wahres, wahres. Wahres, wahres. Für Kämpfe für Geld komme ich vielleicht näher an Scofield dran. Gucken wir erst mal rein. Ich muss sehen. Uh. Sehen wir hier irgendwas? Nee. Aber auch da oben sind Wächter. Egal, wir betreten mal. Geh mal vorsichtig hier so hin. Und. Wenn mal. Oh, ich werde wohl gesehen. Das war bestimmt knapp. Gut gemacht. Jetzt schleiche ich hinter dem Hausmeister und kletterte den Vorsprung hoch. Mach keinen Krach. Geh langsam. Okay. Ich gehe langsam. Mach keinen Krach. Oh, der könnte mich auch sehen. Ach. Sehr langsam gehe ich. Klettern wir hier hoch. So. Ich. Muss hier die Leiter hoch. Ja. Korrekt. Fokussieren. Was muss ich fokussieren? Da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Hier oben. Ah, ich schätze mal, ich muss hier rüber. Klettern. Ja. Das springen. Das springen. Springen doch. So. Hochklettern. Nochmal springen. Und nochmal springen. Und weiter geht's. Da unten steht ein Wächter. Und jetzt kletter ich so weiter. Boah. Das ist ja cool hier. Das ist ja cool. So. Kannst du das ganz einfach schneller machen? Ne, kann er nicht. Er braucht heute was länger. Hängen lassen. Oh. Lass dich hängen. Und springen. Und nochmal springen. So. Nehmen. Wir haben es genommen. Und müssen jetzt auf den Steg klettern. Und zwar hier rüber. Ah, ich kann das auch ganz, das Ganze ein bisschen beschleunigen, indem ich hier die Umschalttaste drücke. So. Springen. Fokussieren. Was soll ich machen? Da oben soll ich hin. Okay. Ich habe fast gedacht, das ist so schön gelb. Und weiter geht's. Springen. Nochmal springen. Nochmal springen. Nein, springen doch. Ja. So. Und runter. Das bloß nicht erwischen lassen hier. Das wäre ziemlich peinlich. Cool. So. Ah, der ist weg. Können wir weiter. Und ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind in Sicherheit. Yeah. Auftrag erfüllt. Medikamentenlieferung. Gut gemacht, Schneeflocke. Du hast Potenzial, Weißbrot. Weißbrot. Zeig's dem Sandsack, mach ein paar Sit-Ups und du kommst klar. Und wenn du eine Tätowierung willst, bring mir die Kohle und ich stech dir was Krasses. Tätowierung. Was ist mit dem neuen Tätowierung? Was ist mit dem neuen Tätowierung? Was ist mit dem neuen Tätowierung? Was soll mit dem sein? Seine Tätowierung. Ist nicht von mir, aber die ist ganz neu. Training. Trainiere am Sandsack und Hebelgewichte. Steige deine Stärke und erlange einen Vorteil in Kämpfen. Das kann ich gebrauchen. Dann gehen wir nochmal trainieren. Hier. Bei dem gehen wir trainieren. Gewicht heben. Wiederholen. Leer das zum Heben und Absenken. Balanciere mit der Maus. Okay. Geht klar. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Ja. Und. Ach du Scheiße. Ja. Ah. Streithammel. Hammer geschafft. So, jetzt kann man hier verlassen. Jetzt habe ich keinen Bock mehr hier die Leertaste zu hämmern. Was tun wir jetzt? Da ist ein X auf der Karte. Fokussieren. Ja. Zu dem müssen wir hin, oder wie? Fox River. Staatsgefängnis. Häftling. Namen habe ich nicht gelesen. Ja. Michael. Was zum Teufel machst du hier? Pack zusammen, Burroughs. Ich hole dich hier raus, Link. Unmöglich. Nicht, wenn man das Ding entworfen. Aber erst muss ich zu Prison Industries. Burroughs, ich sagte, beweg deinen Arsch. Beweg deinen Arsch. Schofield plant deinen Ausbruch. Nichts genaues. Das muss ich Mannix sagen. Okay. Willst du mal Bescheid? Fokussieren. Das Telefon. Verwenden. Verwenden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle mal. Das Spiel ist auch nichts für mich, aber für Fans sicherlich sehr interessant. Und ihr habt schon einen kleinen Eindruck, ich kann ja schön schlagen. Naja, und wir sehen uns dann im nächsten Video beim nächsten Spiel. Jo, ciao.